Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer weiteren Demo vorstellen, natürlich wie immer. Und ich habe hier noch eine Demo, Defense Survival, Survival, ich glaube das spricht man so aus, korrigiert mich gern. Ich weiß es sonst nicht, ja. Und das Spiel ist, wie es schon sagt, ein Defense Spiel. Das heißt, ich werde das mal reingucken, natürlich Zombies, wir müssen überleben anscheinend. Und das werden wir mal so gucken, ich habe es auch noch nicht gespielt. Und ja, wenn es euch natürlich gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da natürlich. Und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt, ob ihr es noch mehr sehen wollt oder weniger. Weiß ich ja noch nicht, wie viel jetzt alles passieren wird. Und ja, in der Community Tab ist natürlich wieder was drin für euch, da könnt ihr abstimmen. Und dann wollen wir mal loslegen, ins Zyklus. Sperrwerfer. Ah, okay. Artefakte. Ah, okay. Spiel starten. Ein Zombie. Ein zweiter Zombie. Zombies nähern sich aus mehreren Richtungen. Drücken sie auf Bautaste, um den Baumodus zu wechseln. Ah. Fertig. Alter. WTF? Wie viel schießt denn die fliegenden Zombies? Bomben Zombies. Aufpassen. Krass. Achso. Die entwickeln sich dann zu einen Soldaten. Ah, guck mal. Jetzt haben wir einen. Oh, das ist cool gemacht. Ah, jetzt ist er nochmal abgegradet. Läuft der jetzt von allein? Ah ne, die kommt direkt zu. Cool. Was ist das? Ach, das ist toll. Und nun alle Grundlagensteuerung gelernt. Überlebe gegen die Zombies. Alles klar. Krankengeschwister. Feuerrate stellt die Gesundheit von Verbündeten wieder her. Und die. Erstmal ein. So. 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 Genau. Dann baue ich noch mal hier ein paar bessere. Schwupp. Hier oben ist mir sehr wichtig, dass es dort Geschütze ist. Genau. Genau, da oben ist es mir am wichtigsten, dass es Geschütze. Abrei. Okay. So. Genau. Okay. Thank you. Okay. Okay. Vielen Dank. Gib her. So. Schütze oder Werkzeuge? Produktionsgeschwindigkeit von Wänden um Erhöhung. Oh, das klingt geil. Oder ihn hier. Ich nehme, glaube ich, das. So. Gehen wir hier hin. Dann können wir für 80... Nee, haben wir nicht. Ach so. Uns fehlt das da. Benzin. Ah, okay, alles gut. So. Befördern. Bringt uns nichts. Synchronisieren. Bringt uns auch nichts. Auch nichts. Ah, ein Mörser soll dark brauche ich. Und den muss ich auf Stufe 2 plus bringen. Dann kann ich das hier. Ah, das ist das nächste Paragate. Perfekt. So, her damit. Vertrag. Reduziert die Kosten vom Einheiten um... Oh, das ist geil. Zeichen eines Schützes. Ja, ich nehme das. So. Oh, ein Cowboy. Synchronisieren. Mit einem Geschütz. Und den kann ich dann... Könnte ich dorthin, wenn ich Benzin hätte. Ah, ist da. Weckreiß. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Molotow. Molotow muss ich auch befördern. Dafür brauche ich aber noch einen Molotow. Genau. Den kann ich jetzt synchronisieren mit Sperry. Krieg ein Granatenwerfer. Und aus dem Klammer. Von einem Granatenwerfer kann ich... Da das. Und dann kann ich das. Alles klar. Synchronisieren zu einem Granatenwerfer. Und ein Granatenwerfer muss dann... zum einen Granatenwerfer. Genau. Also vom Granatentyp... muss ich dann zu einem Granatenwerfer machen. Alles klar. Okay. Alles klar. Wir brauchen aber erstmal wieder Benzin. Ohne Benzin kommen wir nicht voran. Hier kommt aber auch kein Super-Zombie. Das verstehe ich nicht. Müssen wir halt warten, bis wir Benzin haben. Hätte der Weile dauern, glaube ich. Sooo. Mega-Zombie getötet. Perfekt. Jetzt haben wir 8 Benzin wiederbekommen, weil wir einen Mega-Zombie getötet haben. Also so'n Bossi. Das heißt, wir können ihn hier zu einem Granatenwerfer noch nicht... Wir brauchen erst einen Descens. Descens. Einen Scharfschützen-Typ. Scharfschützen. Bam. Und den könnte ich Luke diesen Scharfschützen gewähren... Nee, ich brauche den in grün. Aber der ist blau. Nicht schlimm, nicht Lutscher. Angriffskraft verbündete Einheiten um... Nee, Sonnenbrille. Kritische Treffer-Chance verbündet Einheiten. Okay. Ballistig. Schaden von Boss-Monstern. Schaden beim Angriff auf Boss-Monster um 10% erhöhen. Ich nehm das. Ah, war weg. Ah, war weg. Polizei fallen, Jäger. Schaden gegen Bodeneinheiten um erhöht. So, upgrade. Mach mal ein bisschen hier leichter, dass es schwerer haben hier durchzukommen. Eins haben wir noch. So. Gut, weiter geht's. Jetzt können wir nur noch Essen ausgeben. Oh, ne Fußdruck. Synchronisieren mit dem Arzt. Brauchen wir aber Pencil. Abreißen. Abreißen. Synchronisieren. Gewürzze ein Gewehr. Scharfschützer 1. Warte mal. Scharfschützer. Lass mal gucken. Ansaufers. Okay. Kettensägen. Oh, kein Platz mehr. Das heißt, der Arzt kommt weg. Synchronisieren. Ach, guck mal. Schwere Infanterie wären sie dann. Ah. Ist ja cool. Abreißen. Und Planadenwerfer. Beförder. Oh, direkt zum Raketenwerfer. Wenn ich den Scharfschützer hochkriege. Den Gewehr wird zu einem. Aber wie stelle ich den Design ab? Gute Frage. Oh, ist vorbei. Ah, perfekt. Überlebt. Kapitel 1. Überlebten seit 15 Minuten. Eieiei. Bestätigen. Ja. Es hat Spaß gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Spiel starten. Kapitel 2 werden wir dann in der nächsten Folge machen natürlich. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch noch nicht gefallen hat. Und schreibt gerne einen Kommentar, wenn, wie es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video natürlich wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.